Hallo und Willkommen zu einem neuen Folge Speed Builders Heute spielen wir mal Speed Builders Es ist praktisch so ein Spiel Man muss praktisch einfach alles nachbauen Und man muss praktisch in der Zeit Also in 30 Sekunden ist es meistens Muss man das nachgebauter praktisch schaffen Und ja Wenn man fällt, da ist man draus Ich bin jetzt hier in der Runde Okay, okay, was ist denn nachbauen? Okay, es geht gleich los hier Okay, okay, okay So, okay, was? Was wir hier bauen? Okay, okay, okay Ich glaube, das ist schwer Das heißt, hier so das Okay, vielen Villager drauf Okay Ich glaube, ich weiß ungefähr hier, wie man das baut So, so bam, bam, bam und bam Irgendwie hier war so ein Villager Ich glaube hier in der Mitte Oh oh Und hier war so eine Flagge Oh Ich muss hier mich irgendwie hochbauen Ich weiß nicht, wie hoch ich Ich glaube, es war einfach so hier Und so Dann hier so bam Oder wir haben diese anderen gebaut Okay, die Äh, haben auch hier gerade ein bisschen Dings Oh, okay Wir haben hier noch ein Dings Wie wollen die anders das? Äh Oh oh Nein Okay, ich Es war jetzt richtig schwierig Aber ich glaube Ein paar andere Der hat so Oder so Hat weniger als ich Ich habe 66% Ja, ich halte es nicht so gut abgeschnitten Okay Es ist irgendwie ein anderer Ähm Gestorben, genau Der ist gestorben Uh, okay, okay Der, der immer am wenigsten Prozent hat Muss hier Ähm Verliert hier Okay Und das ist, glaube ich, sehr easy Das heißt Hier So Das heißt so Bam, bam, bam So Bam, äh Bam, bam Und bam Ich bin der erste Ja, ich bin der erste Easy Okay, okay Okay Ich habe 10 Sekunden 10,3 Sekunden 4,14 Sekunden Hatte einer 16,9 Ich glaube zu 30 Sekunden Oder so Es ist Zeit Insgesamt Er ist schon 100 Ich glaube, der hat 100% Okay, okay Wer stirbt Wer stirbt Bestimmt Ähm Wer stirbt Ich habe 100% auch Ähm Gekommen hier Okay Wer ist gestorben? Hier ist, glaube ich, einer gestorben Oder hier Irgendwer ist auf jeden Fall gestorben Ah doch Nee, hier ist der gestorben Okay, okay Ich glaube, wenn alle 100% haben Dann stirbt der Der Äh Als letztes Äh Das gefinisht hat Okay, ich glaube, das ist auch easy Okay So Dann so 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 Ups Man kann by the way Hier mit links Wieder abbauen So Bam 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 So Bam 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 Ich glaube, hier war das irgendwie so Oder wie war das? Oh oh Äh Äh Das ist der andere Board Ich glaube, hier irgendwie so Was sie irgendwie so Oh oh Oh, ich glaube, ich habe das nicht ganz hier bekommen Oh oh Der hat das genau, der hat das richtig, glaube ich, oder? Oh oh Okay Okay, der ist Also ganz knapp Holy moly Aber der ist Der ist eliminiert worden Oh mein Gott Impro Impro Design Okay Okay, das geht, glaube ich, leicht Einfach hier einen Diamantblock Und so außen herum Das heißt 3 hier, 3 hier, 3 hier Dann noch 3 hier Und so, 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 so Und so Nice Ich war alle erste Okay, spawn die hier Okay, die bauen jetzt irgendwie anders Ich habe Ich habe alle erste Ich habe auch 100% hier Okay, 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 okay Spawn die hier Ich sehe leider den Spieler nicht Aber ich sehe, was die hier bauen Ich glaube, man kann hier auch nicht raus, oder? Ne, man kann hier nicht raus Ich kann hier hoch eigentlich Ein Double Jump, so Was war der? Ich weiß nicht, was der war Was war der? Okay, ich kann nicht dann Weil ich bin alle erste gewesen Oder es wird auch keiner eliminiert Aber der hat sich Der wird 100% eliminiert Ja, ich habe 100% bekommen hier Ja, der wird safe eliminiert, oder? Ich glaube, ich hoffe, oder? Ja, er ist eliminiert worden Nice Okay Das ist schon Mehr trickier Es ist hier eine Blume Ich baue mal hier so Okay, okay, okay Okay, die Bäume sind hier schon Es ist hier Hier Blume Hier das Dann nicht so Bam, bam Bam, bam Bam, bam Dann hier so Dann bam, bam Bam, bam Bam, bam Bam, bam So So Und bam Äh Was ist hier nicht Perfekt Äh Hä? Was ist hier nicht Perfekt Kannst du eins wieder rüber? Hä? Oh, oh Hä, wie kann das? Der der ist ja genau Ach nein Der Baum hat eins wieder Oh mein Gott Ja, ich habe ich nicht gewusst Ja, ich bin der gleich Aber egal Ich dachte, der Baum Da Aber vielleicht Wären wir gleich Okay Okay, ja Okay, da gewonnen Kannst du uns gleich In der nächsten Runde Ich bin jetzt hier Dann noch mal eine Runde Hier Okay, okay, okay Äh, was kommt Jetzt erst das Ich werde dir nochmal Erklärt Okay Frosty and Friends Time 5 Okay Das heißt hier Hier und hier Okay Okay, das heißt hier Hier Äh, oh, oh Auf jeden Fall Hier so Äh Ich glaube hier Und hier Oh, oh Und Äh, der und der Oh nein Der irgendwie so Und der 1 wird nach hinten Oh, oh Der in der Mitte Oh, oh Okay, der 1 wird nach links Ich weiß nicht Ich weiß nicht Oh, oh Bitte nicht sterben Na doch, der war schon richtig Von mir hier Der Aber wer war nicht richtig Okay, 83% hier Okay, das ist für ein anderer Eliminiert worden Also Passt das eigentlich Okay, der ist eliminiert worden Ich glaube, der hat gar nichts Gab da so Hallo, tschüss Küss Okay, die deutsche Flagge Ja, das ist sehr leicht Ja, das ist sehr leicht Das ist Sehr leicht Oh, oh So Bam, 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 bam So Bam, bam Bam, 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 bam Und so Der bot die deutsche Flagge falsch Der bot gelb Schwarz-Rot Okay, die waren das alles richtig Der hat gar nichts, glaube ich Keine Ahnung Okay, ich glaube, ich war erster Doch, ich war erster Weil ich aus dem Meer Weniger als deutscher Also, ich komme aus Österreich Aber ich kenne halt Die deutsche Flagge Und der hat komplett Verkackt hier Der hat einfach Der hat einfach Statt Der hat eine roten Farbe Hier hat der Schwarz gebaut Ich weiß nicht, warum Ripp Okay, ich glaube, der wird eliminiert Oder ne Der da vorne wird eliminiert Ist wahrscheinlich Okay, okay, okay Ich habe 100% Ja, ich war auch der erste Hier Okay, der wird safe Irgendwie jetzt Äh, zerstört Stimmt's Oh, war es der? Der hat viel weniger gehabt Egal, egal, egal Das habe ich schon einmal Gehabt, glaube ich Okay, das geht leicht Was ist hier einfach In der Mitte Okay, okay, okay Bam, 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 bam So So Und hier noch Jetzt Hier Und hier Hoffe ich Ja, nice Perfect match Ja, ich bin allererster Nice 50 Sekunden Von 30, glaube ich Ich schaue jetzt mal nach Wie viel man da braucht Also, wie viel Zeit man hier hat Ich glaube, es soll so ein mini Dschungel Äh, Dschungel Dschungelbaum hier Sein Okay Der, glaube ich Wird rausgeschmissen Oder Der doch Oder ne Ich glaube, der Oder der Ich weiß es nicht Einer von den beiden Hier wieder rausgeschmissen Okay Okay, ich habe 100% Ich war auch wieder erster Hier Mit 50 Sekunden Okay, der Ich weiß nicht, wer das ist Okay, der ist eliminiert worden Obwohl eigentlich Der weniger hat Als der hier Oh, ich bin runtergeflogen Oh Okay, hier einfach so ein Ähm Geschenk hier Es geht, glaube ich Sehr leicht Und ich weiß nicht, was in der Mitte Hier drinnen ist Okay Bam, bam, bam Bam, bam, bam Das ist so Und so Ich glaube, das ist in der Mitte Auch mit dem gefüllt Hier, ja Und Äh So, so, so Und so Und so Oh Oh Ich hatte nicht gedacht Schaut, wie viel Zeit hält Es ist noch Aber ich habe 21 Sekunden Das ist nicht schlecht Für das Geschenk Und zudem noch Vier Leute Der da Jetzt auch richtig Ne, warte mal Hat das richtig? Äh Okay Die haben es richtig Der wird safe rausgeschmissen 100% wahrscheinlich Oder? Ja, ich habe es safe Ja, ich habe es richtig Ich werde es safe rausschmissen Hier Der Eilberg Aliberg Und Ja Er wird eliminiert Und gleich explodiert, oder? Oh Oh, okay Ich bin Ruhe Deportiert Dann Creepiest Creeper Okay Okay, so ein Creeper Ich glaube, das ist easy Sollte easy sein Es ist bam, 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 bam Es ist so Ich glaube, hier innen auch noch Die Frage ist, wie hoch geht der? Ich glaube, hier schon so Hier ist der bam, bam, bam Bam, bam Ich glaube, in der Mitte gehört nichts ausgefüllt Glaube ich Dann geht es sich hier das aus, oder? Oh Oh Nein Ich habe ein paar Blöcke Zu wenig Habe ich den nicht eh richtig Glaub ich der innen hier das vergessen Doch, ich glaube, ich habe die drei innen hier vergessen Aber ich glaube, ich habe am meisten hier was der gebaut Okay, ja, der wird eh auch rausgemissen Na, nur mal ich und der hier Und der hat irgendwie komplett Irgendwie gemacht Okay Ist das zum Baum? Okay, ich glaube, das kriege ich hin Das kriege ich hin, glaube ich Ist das hier das? Ups Bam, bam Ist hier so Bam, bam Bam So, bam So, wie Das ist jetzt die Frage Ich glaube, hier ist es so, oder? Habe ich es richtig? Oh, ich habe es gerade richtig Oh mein Gott Puh Das ist sehr knapp Ja, dann Ja Der ist nach mir So, drei Sekunden fast Okay, nee Ich glaube, man wird nur rausgeworfen, wenn wir hier Ähm Okay Gold, Diamant und Äh Emerald Das ist Gold Okay, Gold Ganz außenrum Weil sonst sind zu wenig Blöcke hier Dann Diamant Der ist auch Emerald Und der Big Nice Okay, wenn er es in jetzt acht Sekunden nicht schafft Was er wahrscheinlich nicht schafft, oder? Streit er sich an Nein Er verbaut sich Das hätte er schaffen können Nice Ich habe gewonnen Nice Okay, oder? Habe ich gewonnen? Habe ich? Ja, ich habe hundert Prozent Ja, der wird safe gekickt Der Neolon Leo Neolon Neolon Ja, er ist gekillt Nice Okay, nice Ich habe gewonnen Nice Das war's für die Folge Lasst ein Like und ein Abo da Wenn ihr mehr Speed Speed Builders hier sehen wollt Ja, lasst ein Like und ein Abo da Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.